Der Bobsonbob-Podcast So, heute wollen wir mal ein bisschen löten. Wir haben also hier einen XLR-Stecker. So ein Ding sitzt also auch an meinem Mikrofon, so ein Schwanenhals-Mikrofon. Und das möchte ich gerne auf 3,5 mm Klinke. Da habe ich noch so ein altes Trafo-Teil hier. Und ja, da gibt es also einen Mono 3,5 mm Stecker dran. Das werde ich einfach abschneiden und dann kann ich das hier in meinen Zoom stecken. Und ja, über die Mikrofonbuchse ein bisschen labern mit euch. Okay, seht ihr das? Das Kabel, das schneide ich dann einfach ab und da wird dann eine Buchse dran gelötet. Eine XLR-Buchse. Da gibt es so ein bisschen ein paar Tricks. Und ja, naja, das passt natürlich nicht jetzt gerade. Das ist eine Buchse hier in der Hand. Da habe ich jetzt gerade einen Stecker. Aber naja, gut. Ihr werdet sehen. So, das ist also mein Lötkolben. Den brauche ich dafür. Den machen wir mal ein bisschen an. Vorheizen. Scheiße, ja. Der Bob ist zu blöd. Stecker reinstecken. Und dann funktioniert das Ganze auch. Äh, naja, gut. Okay. Machen wir das. So, der heizt also vor. Derweil kann ich schon mal mich um das Kabel kümmern. Dann schneiden wir das hier irgendwo ab. Und ja. Schnipp, schnapp. So, jetzt kann ich das Netzteil wegpacken und dann muss ich die Enden abisolieren. Dann, erstmal trennt man so ein bisschen hier die Litzen zu links und jetzt darf mein Zahnarzt nicht hingucken. Ihr habt keinen Sound, weil ich es nachvertone. Scheiße, es fällt doch auf, ne? Egal. So, die Enden werden also ein bisschen zusammengerödelt. Und ja, da ist das Kabel. Wunderbar. Das Tolle ist ja auch diese 3,5 Zoll Klinke, die mag ich gar nicht unbedingt löten, weil die so fummelig ist. Das ist ganz schön, wenn man schon ein fertig vorkonfissioniertes Kabel hat. Ja, hier habe ich jetzt meine XLR-Buchse, also das Mama-Teil, das Gegenstück zu dem Papa-Teil vom Mikrofon. Siehst du wohl? Passt. Wackelt unter Luft. Jo. Da gibt es halt ein bestimmtes Anschlussschema oder wie ich das verdrahten möchte. Dazu muss ich vor allen Dingen auch eine Brücke bauen in dem Stecker. Also ich muss zwischen zwei von diesen drei Anschlüssen eine Brücke machen. Das versuche ich dann gleich, weil ich das beides auf Masse legen muss, versuche ich gleich mit diesem Massekabel hier irgendwie so eine Brücke zu fertigen. Und diese dann ein bisschen mit Blödsinn zu verzinnen und die dann gleich so komplett aufzulöten. Dann habe ich diese zwei Pinne an der XLR-Buchse gleich gebrückt. Und ich kann das Kabel, das Kabel für die Masse auch nicht gleich an, das ist gleich mit dran. Wisst ihr? So in einem Atemzug quasi. So eine kleine Brücke. Jo. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd im Moment. Ich habe noch den Stecker, der müsste da noch drauf, bevor ich jetzt löte. Gut. Okay. Aber vorher wird auf die XLR-Buchse natürlich ein bisschen Lötsinn gemacht. Da seht ihr das wohl. Dass man dann hinterher nicht das Lötsinn und das Kabel und die Buchse gleichzeitig halten muss. Deswegen verzinne ich das vorher. Ich zitter ein bisschen, sehe ich gerade. Naja. Egal. Vielleicht noch kein Bier getrunken. Aber beim nächsten Mal werde ich das vielleicht tun und dann werde ich nicht mehr so zittrige Hände haben. Das ist natürlich Quatsch. So. Okay. Jetzt habe ich also alles vorverzinnt. Das Kabel ist vorverzinnt. Der Stecker ist vorverzinnt. Und jetzt mache ich das immer so, dass ich mir den Lötkolben so auf die Station lege. Und dann kann ich das verlöten. Vor dem Verlöten nicht vergessen. Ja. Jetzt müssen wir es auseinanderfummeln. Nein. Und nicht vergessen, diese Hülse und das Verschraubungsteil vorher drauf zu setzen. Und wenn es festgelötet ist, zu spät, dann können wir es wieder loslöten. Ja. Und jetzt kann man das eigentlich verlöten. Oben ist ein kleiner Plan. Da habe ich das mal so auf ein Blatt Papier gezeichnet. Also die 2 von der XLR-Buchse kommt direkt auf den mittleren Leiter, der ganz vorne in die Spitze geht, von dieser 3,5 mm Klinke. Und die anderen beiden Anschlüsse werden so, wie ich das hier gemacht habe, halt auf Pin 1 und 3 gelötet. Und wenn ihr das so macht, dann sollte das an und für sich funktionieren. Ja. Jetzt ist es doch, oh, doch, ziemlich ruhige Hände jetzt, ne? Geht. Ja, gut, okay, ihr seht das ja. Diese, äh, ist ein bisschen Fummelarbeit, ja. Aber es ist durchaus machbar. Das geht auch mit meinen Wurstfingern, dass man da mal gerade ein bisschen was lötet. Ja, das ist jetzt, äh, da geht immer ein bisschen hoch. Was machen wir? Ach, so, da habe ich die Schere genommen, genau. Damit drücke ich den so ein bisschen dann rein in dieses, in dieses Bett. Klack. Ja, ähm, ihr seht, ich habe auch nur Profi-Werkzeug, ne? Also, ähm, haut aber hin. Geht. Ah, noch ein bisschen Lötzchen hinterher. Ja, ich glaube, da war ein bisschen wenig. Okay. Ja, dann haben wir ja nur noch den Pin, der zur Mitte geht. Das ist der, ähm, vorne in die Spitze geht, ja. Und der wird jetzt auf die Öse 2 gelötet. So. Jetzt haben wir die Lötarbeiten im Grunde genommen auch schon fertig. Jetzt kommt da diese, diese innere Hülse. Ich brauche das nicht isolieren, weil die innere Hülse, die da jetzt gleich, ach so, Moment, ich mache das der Reihe nach. Erstmal kommt das in dieses Buchsen-Oberteil. Und jetzt wird da so eine Hülse drüber geschoben. Kennt ihr dieses, äh, seht ihr doch dieses dünne Ding da. Das geht also hinten über diese ganze Verlöterei drüber und somit kann das keinen Masseschluss geben oder irgendwelche Kurzschlüsse. So. Ja, habe ich die Löterei und die Schrauberei schon fertig. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch eben ausprobieren. Dazu habe ich das H2 genommen. So. Ja, ist richtig, Bob. Macht die Lötstation erstmal eine Seite. Da kann man sich die Finger verkokeln. Dann wird er da eingesteckt in die Mikrofonbuchse. Zack. Und die Mama wartet auf den Papa von dem Headset-Mikrofon. Das ist ja so eine Sache, man braucht ja im Grunde genommen mal so eine Freisprechgeschichte. Und das war eigentlich recht einfach für mich. Was ich noch machen müsste, wäre im Grunde genommen so ein kleiner Vorverstärker, weil es eigentlich das dynamische Mikrofon doch recht leise ist an dem H2. Der Vorverstärker ist schon bestellt. Der ist auch schon unterwegs zu mir. Ich müsste dann auch noch eine XLR-Buchse drauflöten. Und hier teste ich noch mal kurz das Mikrofon, ob es funktioniert. Tja. Scheint nicht zu funktionieren. Mann, du musst das Gerät auch einschalten, ne Dussel. So, jetzt sollte es gehen. Ja, seht ihr wohl. Ne, alles klar. Funktioniert. Das Mikrofon ist klasse. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefallen hat, was ich hier mache, gebt mir einen Daumen hoch oder empfehlt mich weiter und so weiter und so fort. Bis dahin. Tschüss, euer Bob. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020